Also, meine Mutter lebt noch und lebt in Frankreich und wir skypen auch oft und insofern spreche ich auch immer wieder französisch, auch hier in Berlin immer wieder viele Franzosen sehr international, freut mich auch oder an Drehorten, wenn man Kollegen hat. Ich fühle mich schon als Franzose, so Thema Fußball, da bin ich noch nicht so ganz glücklich mit der französischen Mannschaft, also das fehlt mir noch so ein bisschen, da brauche ich noch so ein bisschen, bis ich wirklich stolz auf die sein kann. Also, ich meine, Frankreich, deutsche Fußballmannschaft, ist ja wohl klar, deutsche Fußballmannschaft ist definitiv für mich die interessantere, aber ich fühle mich schon auch als Franzose und bin auch stolz darauf, dass ich Französisch sprechen kann und möchte das auch so weit es geht nutzen, auch im Hinblick auf internationale Karriere oder so, wäre das schön. Also, ich fluche gerne auf Französisch, ja, also so aus Versehen einfach so ein paar Wörter.